Grüßt euch Gott in Königsbrunn. Der Heimat- und Volkstrachten Freitlechauer veranstaltet heuer ein großes Gautrachtenfest. Am 21. und 22. Juni auf dem Festplatz in der St. Johannisstraße. Am Samstagabend um 8.00 Uhr haben wir unseren großen Festheimatabend. Am Sonntag um 9.00 Uhr ist die Kirche und um 1.00 Uhr ist unser großer Festumzug. Da wurde ca. 2000 Leute angekommen. Darunter sind 11 Musikkapellen, über 40 Trachtenvereine, einige Ortsvereine und einen Haufen Festwegen. Wir freuen uns auf euer Kommen. Bis bald in Königsbrunn. Pfiat euch!